Was? Hey! Das sind Hank und Manny. Hank ist ein Mensch, gestrandet auf einer einsamen Insel. Und Manny, so wird er von Hank auf jeden Fall getauft, war mal einer. Doch obwohl er tot ist, ist er noch lange nicht komplett nutzlos. Mit seinen Blähungen hilft er Hank, die Küste des Festlands zu erreichen. Und dort, mitten in der Wildnis, offenbart er noch viele weitere sehr interessante Talente. Er kann zum Beispiel gut zuhören, Wasser spenden, mit seinem Mund Steine verschießen und sogar ein bisschen sprechen. Mit diesem blassen, 1,75 Meter großen Schweizer Taschenmesser kämpft sich Hank zurück ins Leben. Swiss Army Man ist das Langspielfilm-Debüt der beiden Regisseure Dan Korn und Daniel Scheinert. Ein Film so absurd, albern, intensiv und emotional wie ein bizarrer Traum. Einer, der immer Ärger mit Bernie, mit Spike Jonzes, wo die wilden Kerle wohnen und dem Bastelspaß eines Michel Gondry vermischt. Und der aufgrund seiner sonnengetränkten Bilder wirkt, als hätte ihn Terrence Malick an einem nicht bedeutungsschwangeren Tag selbst gedreht. Was als längster Furzgag der Filmgeschichte beginnt, endet in einer warmherzigen Indie-Perle über Freundschaft, Fantasie und Jurassic Park. Und in Masturbationsdialogen, die zu wahrhaftigen Lehren über den Trost der Einsamkeit führen. Und gleichzeitig sind die beiden das Herz, die Seele und der wahre Schauwert von diesem Film namens Swiss Army Man. Sie verkörpern ihre Rollen so schön furchtlos, dass die an sich hanebüchene Geschichte niemals ins Lächerliche abdriftet. Im Gegenteil, mit ihrer Hingabe machen sie sogar einen gemeinsamen Kuss, komplett für den Zuschauer nachvollziehbar. Oder sorgen dafür, dass man sich zum eher unbequemen Schluss die blühendsten Happy Ends ausmalt und darüber diskutieren kann. Es wird auf jeden Fall Leute geben, die das Kino früher verlassen, vielleicht sogar fassungslos, so wie viele Gäste auf der Premiere beim diesjährigen Sundance Film Festival. Andere werden Swiss Army Man als Langweiler bezeichnen, als Emo-Instagram-Version von 2001. Und wiederum andere werden ihn heiß und innig lieben. Dass sich das alles über einen einzigen Film sagen lässt, macht diese Liebeserklärung an alle Freaks wahrlich zu etwas ganz Besonderem. Meine Ranks-Tags Paul Dano, Daniel Radcliffe, Selbstfindungsmärchen, Peniskompass und Liebenswert. Stimmt, denn auf Blu-Ray sehen The Nice Guys wirklich prächtig aus. Die Schwarzwerte sind tief, die Schärfe offenbart jede noch so kleine Falte in den Gesichtern von Crow und Gosling. Und die 70er sahen noch nie so plastisch aus wie hier.